Yes! Grüß euch in der großen weiten Welt zwischen Linz, Langen, Lois und Graz. Und wer weiß wo nun, ihr seid wieder mit Kuffern verbunden, mit der Vorstadt. Und ja, heute möchte ich euch einmal was erzählen. Und zwar, ich mache am Freitag was, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar einen Live-Schnuppertrommel-Abend. Wie das genau vonstatten geht wird, ich weiß es auch noch nicht ganz genau. Aber, ich werde euch einfach 2-3 Rhythmen zahlen, bauen sie langsam. Also wirklich für Anfänger. Und ein bisschen was in das Trommel drin. Ja, was ist denn da? Ah, die Arbeit! Genau. Also ich hätte ja am Freitag einen Schnuppertrommel-Abend, aber der fällt ins Wasser. Und darum habe ich mir gedacht, ich mache das über Facebook. Ja, aber bitte, wenn es euch interessiert, ich mache das über meine Firmenseite. Und zwar die heißt, die Trommlerin.at. Wenn ihr mich da noch nicht geliked habt und ihr dabei sein wollt, dann bitte einfach liken. Ich stelle ja diese Filme, die da jetzt so live sind, stelle ich dann auch auf die Trommlerin.at. Genau. Was haben wir für einen Duft, Roland? Lebensfreude. Lebensfreude. Liebe Grüße nach Linz, an den Reinhard. Viel Freude mit der Schwing-Ups-Komm-Duftschale. Schwingschale. Schwingschale. Räuker-Schwingschale. Roland, kannst du das bitte richtig machen? Ja. Genau. Also am Freitag für alle, die dabei sein wollen, 19 Uhr, die Trommlerin.at. Genau. Wie es genau dann funktioniert, ich weiß es noch nicht. Und heute spüren wir euch einen schönen Rhythmus, und zwar das Feuer der Liebe. Ich stücke jetzt die Hohenheit zum Rauf. Du elektrisch. So. So. Du rein. So. Geh jetzt los. Geh jetzt los. Geh jetzt los. Philon Karla. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020